es gibt sie buchautoren journalisten publizisten die ihre meinung sagen und ihre meinung so dass es in einer form geschieht ja das führt nachher zu brandanschlägen wie man gerade liest ich spreche von gunnar schuppelius er schreibt für die berliner zeitung ist kolumnist und ist buchautor ja und er wurde schon mehrfach opfer von brandanschlägen privatfahrzeuge von gunnar schuppelius wurden mehrfach ziel von brandanschlägen und so weiter und so fort ja er schreibt für die bz er ist wie gesagt deutscher journalist sachbuchautor und kolumnist ja der in berlin erscheinenden bz was ist denn nur die ursache dafür relativ einfach nehmen wir berlin berlin ist bekanntermaßen rot rot grün und stelle sich jemand vor das wäre im bund so also ich sage es mit fester überzeugung dieses land wäre rot rot grün wäre verloren es wäre verloren aber ich bringe ihnen ich bringe euch ein beispiel und zwar grüner senator wird zum schutzpatron der linken gewalttäter das ist sehr aktuell es geht um brennpunkt bezirke und zwar friedrichshain dort ist es so justizsenator dirk behrindt vereitelte einen senatsbeschluss zur rigaer straße ganz offensichtlich will er den linksradikalen besetzern damit entgegenkommen kritisiert gunnar schuppelius und jetzt sehen wir auch warum werden denn dann die autos angezündet da spricht einer gegen den links grünen und extremen kurs will sich justizsenator dirk behrendt er ist bei den grünen erneut über recht und gesetz erheben danach sieht es aus am dienstag veraltete er einen senatsbeschluss zur rigaer straße 94 das heißt also es gibt einen senatsbeschluss rot rot grün und der senator justizsenator grün setzt sich darüber hinweg das berühmt berichtigte haus in friedrichshain verfügt über 30 wohnungen von denen die meisten besetzt und einige gemietet sind wobei die meisten mieter keine miete bezahlen der dem verfassungsschutz gilt das haus als zentrale institution der gewaltbereiten autonomen szene berlins jawohl aber verfassungsschutz thomas haldenwang beschäftigt sich ja mit anderen dingen er hat ja mit anderen dingen zu tun auf dem linken auge blind so scheint es zumindestens diese szene hat sich verbarrikadiert falltüren ein gewaltiges stählernes tor und elektrozäune im inneren machen den zugang unmöglich der eigentümer versucht seit schauen wir mal langer zeit hier dem herr zu werden diese szene hat sich verbarrikadiert ja jetzt nun endlich gab ihm das kammergericht recht das verwaltungsgericht sprach ihm außerdem polizeischutz zu denn er wird massiv betreut bedroht ja das sieht man das heißt also diejenigen die sagen meinungsfreiheit meinungspluralität wehe wenn du gegen den kurs geht dann kannst du was erleben stellt euch bitte diese szene in gesamtdeutschland vor wir treten alles was wir erreicht haben wird damit vernichtet also rot rot grün im bund um gottes also das wäre das letzte was man sich wünschen kann und das gebe ich auch zu bedenken bei den wahlen in rheinland-pfalz und in baden-württemberg überlegt wem ihr eure stimmen wem ihr die stimme geben also spd grüne und linke ihr seht was daran basiert gewalttätig und sich über eigentum des anderen hinweg setzen ja nun war es so polizeischutz zu innensenator geisel wollte die begehung am elften und zwölften märz ermöglichen herr geisel ist spd doch dann fiel ihm bären also der grüne justizsenator in den arm er habe behauptet den fall noch rechtlich prüfen zu müssen so berichtet rbb radio berlin brandenburg die grüne verkehrssenatorin günther sprang bären zur seite der regierende bürgermeister müller spd war nicht in der lage ein machtwort zu sprechen wobei die berliner werden wissen der regierende bürgermeister wird nie ein machtwort sprechen das ist immer derjenige den man sieht wenn es sowieso schon was gelaufen ist wenn er sich meldet deshalb tritt er ja auch nichts mehr an den grünen geht es um um ihre hochburg friedrichshain kreuzberg hier haben sie die mehrheit hier hat berend als direktkandidat schon 2011 sagenhafte 49,8 prozent der stimmen geholt hier wohnt auch bettina jarrasch die regierende bürgermeisterin werden will das linksextreme milieu geht hier nahtlos in das grüne über die rigauer straße ist das mecker dieser szene also soll sie nicht angetastet werden wir werden hier links grün das wird nicht angetastet das ist das mecker wir setzen uns über gesetz und ordnung und gesetz gesetz mäßigkeiten setzen wir uns darüber hinweg das spielt keine rolle noch mal wenn das im bund schule macht dann hat dieses land ein für alle mal ausgedient dabei nehmen die grünen die gewalt in kauf das hören wir die von diesem mecker ausgeht gewalttäter verschanzen sich in der nummer 94 und werden da dorthin von der polizei nicht verfolgt da gibt es ja dieses besucher gesetz in berlin 2019 wurden auf einer strecke von 200 metern auf der rigauer straße insgesamt 111 straftaten registriert darunter körperverletzung rauschgifthandel und diebstahl es gab nur eine verurteilung liebe freunde wird mir nach 2019 wurden auf der strecke von 200 mit in der straße insgesamt 100 101 straftaten registriert körperverletzung rauschgifthandel und diebstahl es gab nur eine verurteilung andere alle anderen täter wurden nicht ermittelt so ähnlich sah es auch das ergebnis des vorjahres aus 2020 rückte die polizei 717 mal an zum einsatz in der regauer straße kampf gegen rechts kampf gegen rechts da wird also das normale bürgertum wird in eine ecke gedrängt wo es niemals war wir haben unsere meinung nie geändert wir waren immer für recht und ordnung in diesem land aber wenn du das bist bist du rechtsextrem das ist schon erstaunlich und liebe freunde jetzt heißt es aufwachen und sich nicht dieser linksgrünen szene hingeben noch mal klare ansage linksgrün wer das wählt spd grüne linke der gibt dieses land auf ohne wenn und aber der justizsenator setzt sich nicht zum ersten mal übergängige regeln hinweg im dezember 2020 also noch gar nicht so lange her verstieß er bei der beförderung von richtern gegen die rechtsprechung 2017 ernannte er die polizeivizepräsidentin koppers zur generalstaatsanwältin obwohl sie der körperverletzung im amt verdächtig war und ist das möge man sich mal vorstellen dieser sumpf dieser sumpf im linksgrünen bündnis eine generalstaatsanwältin die der justizsenator ernannt hat obwohl es andere befähige gab obwohl sie in der körperverletzung obwohl sie der körperverletzung im amt verdächtig war und ist 2011 erkannte er die ordentliche demokratische wahl innerhalb der grünen fraktion nicht an der justizsenator setzt sich das haben wir schon so also wenn wir uns jetzt diese dinge anschauen und jetzt meint der höchstrichterliche beschlüsse nicht einmal prüfen zu müssen das ist ihm nach der verfassung gar nicht erlaubt wie lange will sich berlin diesen senator noch erlauben ich würde sagen lange denn wenn wir in diesem sumpf nichts ändern dieses land verfällt wirklich in in gesellschaften in nicht an nicht legitimierte vereine ngos die meinen über die politik bestimmen zu müssen aber berlin ist das beste beispiel dafür was passiert wenn hier keine regularien gesetzlicher natur eingehalten werden aber ich darf ihnen sagen ergänzend dazu unser bundespräsident frank walter steinmeier für mich persönliche meinung der schlechteste den wir jemals hatten der mit abstand schlechteste den wir jemals hatten steinmeier fordert soziale medien starker zu stärker zu regulieren das ist klar die medien die sozialen medien müssen stärker reguliert werden das hallo meinung des anderen dass wir denen das wort das bild und den ton abgraben aus dem einfachen grund wir wollen ja unsere linksgrüne politik wollen wir ja entsprechend favorisieren und wir wollen ja in deutschland dieses land umkrempeln die gesellschaft bis zu einem nicht mehr wiedererkennungswert wenn das so weitergeht dann erkennst du ja nur noch fragmente dessen wie deutschland einmal war und das kann ja nicht im sinne der großen mehrheit sein also steinmeier fordert unter anderem in deutlichen worten waren steinmeier steinmeier davor die gestaltung digitaler räume den sozialen medien zu überlassen er ruft die politik auf die plattformen stärker zu regulieren herr steinmeier ich bleibe dabei sie sind ein bundespräsident für den sich das deutsche volk eigentlich schämen muss und zwar auch im hinblick auf das dritte reich von 33 bis 45 sie haben zum 40 jährigen jubiläum des mullah system des irans haben sie dem mullah system gratuliert denjenigen die jüdische mitbürger und die existen hassen und die existenz von israel bezweifeln und israel am liebsten vernichten möchten sie sind so ein heuchler herr steinmeier ganz ehrlich wenn ich sie jedes mal höre und sehe stehen mir die haare zu berge im zentrum von steinmeier kritik steht die werbefinanzierte das gewerbefinanzierte geschäftsmodell der sozialen medien diese täten alles auf die augen die aufmerksamkeit der konsumenten so lange wie möglich zu halten und auf sich zu lenken das ist schon ein witz wenn man sich vorstellt wir haben einen ein gesundheitsministerium jens spahn die wollen mit google eine vereinbarung machen vom ranking her das gesund punkt bund de also diese seite vom gesundheitsministerium die sich um beeinträchtigungen der gesundheit in welcher form auch immer kümmern will dass diese im ranking ganz vorne ist das ministerium des inneren unter leitung von herrn seehofer und stadtsekretär markus kerber die beeinflussen wissenschaft und forschung das zu den corona maßnahmen möglichst eine politisch sehr vertretbare expertise geschrieben wird und sie sprechen von beeinflussung herr steinmeier sie machen sich doch lächerlich ganz ehrlich und wenn ich sie immer sehe wenn sie dann ja so und so herr steinmeier sie sind von uns alimentiert und zwar das bestens und sie sind dieses amtes nicht im ansatz würdig darin sieht steinmeier eine ernst zunehmende gefahr für die demokratie herr steinmeier die ernstzunehmende gefahr für die demokratie sind sie und ihres gleichens in der spd bei den linken bei den grünen aber leider gottes auch leute in der cdu und csu die jegliche meinungs pluralität abgraben und mit moralischen schlamm um sich werfen den sie von ihrem eigenen körper nehmen weil sie nämlich so belastet sind steinmeier sieht damit die demokratie und freiheit gefährdet und dazu braucht es regeln auch die eu kommissarin margarete festhager traut europa eine vorreiterrolle zu in dem bereich sie sagt also klipp und klar je größer die plattform sei desto größer müsse die regulierung ausfallen dann würde ich sagen je größer sie sich das öffentlich rechtliche zunutz machen meine damen und herren im ard und zdf das sind ja propagandamedien und viele zeitungs verlage sind propagandamedien der gängigen parteien der regierungsparteien desto mehr müssten sie kontrolliert werden denn dann hätten wir eines nicht dann hätten wir nicht diesen meinungskorridor und dann würden mit sicherheit auch nicht die sozialen netzwerke in dieser größe aufblühen hallo meinung und viele andere weil nämlich hallo meinung und viele andere nötiger sind denn je um eine zweite meinung eine zweite sich zuzulassen ja liebe freunde wenn ich euch ein bisschen aufklärung geben könnte konnte hat es mich gefreut es würde mich freuen wenn ihr dieses video teilt wenn ihr den kanal unsere sendungen abonniert und ich sage an alle vielen dank dass ihr uns unterstützt das tut uns gut dann können wir unsere arbeit machen und wir sehen die andere sichtweise auf die dinge danke sagt peter weber